Kategorien sind das Herzstück eurer Produktorganisation. Sie sind super wichtig für die Customer Journey, damit sich Kunden und Kundinnen in eurem Store zurechtfinden und letztendlich kaufen. In diesem Video zeigen wir euch deshalb, wie ihr Kategorien in Shopify anlegt und worauf ihr dabei unbedingt achten müsst. Außerdem erzählen wir euch, welche Rolle Kategorien bei der Suchmaschinenoptimierung spielen. Also, let's go! Wir starten wie immer im Shopify-Admin-Bereich. Um eine neue Kategorie anzulegen, klickt ihr nun auf Produkte. Anschließend auf Kategorien. Dann klicken wir oben auf Kategorie erstellen. Bevor wir jetzt in die Erstellung einer Kategorie gehen, wollen wir einmal über den Unterschied zwischen manueller und automatisierter Kategorie sprechen. Bei manuellen Kategorien ist der Name Programm. Das heißt, wenn du eine manuelle Kategorie anlegst, dann musst du anschließend die Produkte, die in dieser Kategorie angezeigt werden sollen, manuell, also per Hand, einzeln, Produkt für Produkt hinzufügen. Legst du in der Zukunft dann ein neues Produkt in deinem Shopify-Shop an, das in dieser manuellen Kategorie angezeigt werden soll, musst du auch das wieder händisch hinzufügen. Der große Vorteil, du bist mit manuellen Kategorien super flexibel in der Zusammensetzung, welche Produkte hier angezeigt werden sollen und welche nicht, da du ja alles per Hand machen kannst. Der entscheidende Nachteil ist aber, dass die Pflege von manuellen Kategorien sehr, sehr zeitaufwendig ist. Das gilt vor allem für größere Produktkataloge oder wenn du regelmäßig neue Produkte zu deinem Shopify-Shop hinzufügst. Da muss es bessere Möglichkeiten geben und die gibt es auch, nämlich die automatisierten Kategorien. Und darüber werden wir auch heute hauptsächlich sprechen. Mit automatisierten Kategorien fährst du in 99% der Fälle absolut richtig, wenn du eine neue Kategorie anlegst. Was du hier nämlich machst ist, du legst einzelne Bedingungen fest und immer wenn ein Produkt in deinem Produktkatalog diese Bedingungen erfüllt, wird es automatisch in diese Kategorie gepackt. Das gilt für Produkte, die du in der Vergangenheit schon angelegt hast, das gilt aber auch für neue Produkte, die du in der Zukunft noch anlegen wirst. Immer wenn ein Produkt dir die Bedingungen erfüllt, die du festlegst, kommt das Produkt automatisch in diese Kategorie und du siehst schon, das spart dir natürlich vor allem bei großen Produktkatalogen einfach massiv viel Zeit. Schauen wir uns nun also einmal an, wie man Bedingungen für automatisierte Kategorien festlegt. Zunächst einmal musst du auswählen, ob die Produkte, die in diese Kategorie sollen, alle Bedingungen erfüllen müssen oder nur eine der Bedingungen, die du festlegst. Du siehst, dass du hier so viele Bedingungen quasi festlegen kannst, wie du möchtest und hier hast du sozusagen eine Unverknüpfung. Das heißt, hier kommen nur Produkte rein, die wirklich jede dieser einzelnen Bedingungen erfüllen oder du hast eine Oder-Verknüpfung. Das heißt, es muss nur eine der Bedingungen erfüllt sein, damit das Produkt hier zugeordnet wird. Wir wollen jetzt einmal eine Kategorie für unseren Store anlegen, indem wir Teller, die wir in unserem Shop verkaufen, angezeigt bekommen. Dazu würde ich jetzt auf alle Bedingungen klicken, lösche die Bedingung 2 und 3 wieder raus, weil wir das über eine Bedingung regeln können. Und zwar haben alle Teller in unserem Produktkatalog, in unserem Store hier den Produkttypen Teller bekommen. Das heißt, ich würde hier auf Produkttyp klicken vorne dann auf entspricht und hier hinten würde ich jetzt den Produkttypen auswählen, den ich in dieser Kategorie anzeigen möchte. Hier in diesem Fall Teller, da wir eine Kategorie mit Tellern anlegen wollen. Ob ich natürlich bei nur einer Bedingung alle Bedingungen auswähle oder eine der Bedingungen, das ist ganz egal. In diesem Fall funktioniert beides. Ich würde nach diesem Schritt auf Speichern klicken. Geht noch nicht, weil ich oben erst einen Titel einfügen muss. Das mache ich mal eben. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Klicke dann auf Speichern. Und sobald ich runter scrolle, sehe ich, dass jetzt in diese Kategorie automatisch alle Produkte gepackt wurden, die dem Produkttypen Teller entsprechen. Das war es schon. Das ist ganz einfach. Und wenn ihr jetzt in der Zukunft mal neue Produkte in eurem Store anlegt, neue Teller anlegt, die auch diesen Produkttypen entsprechen, dann werden die auch hier unten drunter angezeigt. Was wäre jetzt so ein Beispiel, dass ihr mehrere Bedingungen gleichzeitig habt, die ihr verknüpfen wollt? Jetzt könnte es ja zum Beispiel sein, stellt euch vor, wir haben hier Teller mit Weihnachtsdeko, mit Weihnachtsmustern. Deswegen wollen wir fürs anstehende Weihnachtsgeschäft eine Kategorie bauen, in der nur Teller angezeigt werden, mit Weihnachtsmustern. Was ich dann machen würde, ich würde hier eine weitere Bedingung hinzufügen in dieser Kategorie, würde dann über den Produkt Tag gehen. Ihr könnt ja bei der Anlage von Produkten auch sogenannte Tags vergeben und würde dann wahrscheinlich allen Produkten, die ein Weihnachtsmuster haben, den Tag Weihnachten geben und würde dann hier den Produkttag Weihnachten auswählen. Da ich jetzt alle Bedingungen hier oben ausgewählt habe, würden in dieser Kategorie dann alle Produkte angezeigt werden, die beidem hier entsprechen, nämlich dem Typenteller und dem Produkttag Weihnachten. Das ist mal ein ganz einfaches Beispiel für eine Unverknüpfung, die ihr bei den automatisierten Kategorien festlegen könnt. Ihr seht, dass ihr hier relativ flexibel seid in der Art und Weise, wie ihr automatisierte Kategorien anlegt. In der Regel werdet ihr eigentlich immer, wenn ihr einen sauber gepflegten Produktkatalog habt, über den Produkttypen und oder über den Produkt Tag gehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Parfums von verschiedenen Marken, von verschiedenen Herstellern verkauft, dann für jede Marke eine einzelne Kategorie zu bilden, indem ihr bei Produktanbieter entspricht und dann eben den Namen der Marke zum Beispiel auswählt. Das wäre so ein anderes sinnvolles Beispiel noch. Ansonsten könnt ihr auch automatisierte Kategorien auf Basis von Preisen, Vergleichspreisen, Lagerbeständen und sogar von Metafeldern erstellen. Das führt hier aber ein bisschen so weit. In der Regel werdet ihr in 95% der Fällen automatisierte Kategorien anlegen, indem ihr den Produkttypen und die Produkt Tags verwendet. So, wir bleiben hier bei unseren Tellern in diesem Beispiel. Soviel zu den Bedingungen. Hier unten habt ihr dann die Möglichkeit, die Produkte, die in dieser Kategorie erscheinen, auch noch zu sortieren. Mit Meistverkauf fahrt ihr eigentlich ganz gut. Teilweise könnte noch A bis Z Sinn ergeben. Jetzt schauen wir uns die anderen Einstellungen noch an, die ihr vornehmen müsst, wenn ihr wie hier eine Kategorie anlegt. Die Bedingungen haben wir jetzt festgelegt. In dieser Kategorie landen alle Teller. Wir starten ganz oben. Den Titel würden wir einfach ganz sprechend mit Teller benennen. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine Kategoriebeschreibung zu hinterlegen. Die Kategoriebeschreibung spielt auch im SEO eine wichtige Rolle. Dazu kommen wir später nochmal. Natürlich sollte die Kategoriebeschreibung, die ihr eintragt, sprechend sein. Das heißt, der Kunde und die Kundinnen in eurem Store sollten verstehen, was sie in dieser Kategorie finden, worum es in dieser Kategorie geht. Ich habe tatsächlich mal ChatGPT genommen mit einer ganz einfachen Prompt. Ich verkaufe Teller aus portugiesischer Keramik in meinem Online-Shop, erstelle mir eine Kategoriebeschreibung dafür. Und ich kopiere jetzt hier mal aus einem anderen Fenster rüber, was ChatGPT mir da ausgespuckt hat. Kopiere das hier rein. Und man sieht jetzt hier, ich habe eine relativ lange, sehr ausführliche und schöne Produktbeschreibung. An der Stelle nur der Hinweis, ChatGPT sollte für euch immer nur eine Hilfestellung sein. Ihr könnt euch da Inspirationen holen, ihr könnt euch da Vorschläge holen. Dafür ist das Tool super. Natürlich solltet ihr das, was da rauskommt, immer nochmal korrigieren und auf eure Bedürfnisse, auf eure Wünsche, auf euren Online-Shop, auf eure Zielgruppe anpassen. Für Demonstrationszwecke reicht das so an dieser Stelle jetzt aber aus. Scrollen wir weiter runter, finden wir unten noch die Suchmaschinenlistung. Und ihr seht schon, dieses Feld hier erinnert ja an Google. Das soll nämlich auch eine Google-Vorschau sein. Was ihr hier nämlich machen könnt, ist, dass ihr den SEO-Titel und die SEO-Meter-Beschreibung anpassen könnt. Das heißt, die Vorschau in Google anpassen könnt. Da klickt ihr einfach auf Bearbeiten und könnt das Ganze hier noch anpassen. Das lasse ich an dieser Stelle jetzt. Wichtig ist hier nur für den Seitentitel. Wählt dann nicht mehr als 40 bis 60 Zeichen aus und hier unten für die Meta-Beschreibung nicht mehr als 180 Zeichen. Hintergrund ist einfach, dass, wenn ihr mehr Zeichen verwendet für Titel und Meta-Beschreibung, dass das auf vielen Devices, wenn Leute diesen Eintrag bei Google sehen, einfach abgeschnitten wird. Und das wollt ihr vermeiden. Deswegen ist das die optimale Länge. Hier steht jetzt 70 Zeichen. Ich würde hier nicht mehr als 40 bis 60 nehmen und hier unten bis zu 180 Zeichen. Und dann seid ihr eigentlich auf einer relativ sicheren Seite. So, wir speichern das Ganze kurz noch mal zwischen und kommen dann zu den weiteren Einstellungen. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, die Kategorien zu veröffentlichen. Veröffentlichen heißt, wo soll diese Kategorie angezeigt werden? Ihr habt hier zum Beispiel die Möglichkeit, Kategorien nur für bestimmte Vertriebskanäle von euch zu erstellen beziehungsweise zu aktivieren. Das ist in unserem Fall jetzt irrelevant. Wir wollen sie natürlich im Online-Shop anzeigen lassen. Ansonsten könnt ihr individuell auswählen, in welchem Vertriebskanal die Kategorie angezeigt werden soll oder eben nicht. Wir lassen alles jetzt so bei diesen Einstellungen. Auf diesem Symbol hier habt ihr noch die Möglichkeit, die Kategorie zu einem festgelegten Datum und zu einer festgelegten Uhrzeit zu veröffentlichen. Wenn ihr zum Beispiel einen neuen Drop an Klamotten habt, der kommt zu einem fixen Tag, zu einer fixen Uhrzeit raus, dann könnt ihr hier schon mal alles vorbereiten und die Kategorie anlegen und hier dann eben Datum und Uhrzeit einstellen, wann die Kategorie live gehen soll. Wir wollen die Kategorie jetzt hier sofort in unserem Store veröffentlichen und ändern hier deswegen auch nichts. Hier könnt ihr noch ein Kategorie-Bild hinzufügen. Das Kategorie-Bild wird bei euch dann auf der Seite angezeigt, wenn ihr die Kategorie irgendwo verlinkt. Ich habe natürlich auch hier was vorbereitet, deswegen würde ich das Bild einfach einmal da reinziehen und habt jetzt hier ein Kategorie-Bild hinterlegt, das bei euch im Store angezeigt wird. Eine letzte Einstellungsmöglichkeit ist noch die Theme-Vorlage. Das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Grundsätzlich habt ihr die Möglichkeit, in eurem Theme, im Theme-Editor, unterschiedliche Vorlagen, unterschiedliche Templates für verschiedene Kategorien zu bauen. Diese Vorlage könnt ihr hier dann entsprechend auswählen, wenn ihr sie vorher im Theme-Editor angelegt habt. Das überspringen wir an der Stelle jetzt einmal. Das war es eigentlich schon. So schnell habt ihr am Ende des Tages Kategorien angelegt. Jetzt können wir uns das Ganze noch einmal auf unserer Seite anschauen. Da seht ihr jetzt hier, ihr müsstet im Theme-Editor, in diesem Theme, was wir hier nutzen, das ist Dawn, natürlich noch ein bisschen Arbeit machen. Ihr müsstet das Ganze noch anpassen, damit das hier von den Formatierungen und sowas alles passt. Aber wir haben jetzt hier die Kategorie-Beschreibung, wir haben jetzt hier das Kategorie-Bild und unten eben die entsprechenden Produkte mit den Tellern. Ich habe es eingangs schon angekündigt, und zwar spielen Kategorien beim SEO, bei der Suchmaschinen-Optimierung, eine relativ große Rolle. Wir haben ja eben hier in der Suchmaschinen-Listung schon gesehen, dass wir hier Titel- und Meta-Beschreibung anpassen können. Aber natürlich spielt die Kategorie-Beschreibung, die wir hier oben haben, noch eine deutlich wichtigere Rolle bei der Suchmaschinen-Optimierung eures Online-Shops. Warum spielen Kategorien so eine große Rolle im SEO? Es ist so, dass Kategorien auf Google in der Regel die größten Suchvolumina haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Teppich draußen für eure Terrasse oder für einen Balkon kaufen möchtet, dann würdet ihr wahrscheinlich nach Outdoor-Teppich googeln. Und das ist faktisch hier eine Kategorie. Ihr sucht nicht nach einem ganz speziellen Outdoor-Teppich-Modell, sondern ihr holt euch erstmal Inspiration, guckt, was es so gibt und würdet Outdoor-Teppich angeben. Dann zeigt Google gerne Kategorien an, weil wenn Google ganze Kategorien anzeigt mit einer größeren Auswahl an Produkten, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass der oder diejenige, der die Suchanfrage gestellt hat, nachher fündig wird. Deswegen sind Kategorien wichtiger für SEO als eure Produktseite und auch als der eigene Blog. Viele Leute denken bei SEO immer, sie müssten einen eigenen Blog machen. Wichtig ist für eure SEO-Strategie aber, dass ihr sinnvolle Kategorie-Beschreibungen habt, die Keyword-optimiert sind, damit ihr dann eben für diese Keywords hoch rankt. Schenkt deswegen Kategorien in eurer SEO-Strategie eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Zum Fazit. Automatisierte Kategorien sind der Schlüssel, um Ordnung in deinem Produktkatalog zu halten. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle, dabei Kundinnen und Kunden in deinem Shopify-Shop zum Kaufabschluss zu führen. Bei der Wahl zwischen manuellen und automatisierten Kategorien bist du in fast allen Fällen mit automatisierten Kategorien immer gut beraten. Eine andere Sache noch. Wenn du Support dabei brauchst, deinen Shopify-Shop schnellstmöglich, am besten ohne Kopfschmerzen und nach Best Practice aufzubauen, dann schaue dir unbedingt unser Bootcamp an. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Ciao, dein Robin.